Es steigt vorsichtig in die oberen Brütteln. Super! Es ist noch nicht gekommen. Jetzt geht es um zu belasten und nicht zu hupfen, sondern nur zu wippen. Ohne, dass sie die Ski abheben. Einmal durchwippen, noch einmal. Fast ist gebrochen. Also, beim Wippen ist er gegangen. Wir sehen es relativ schön. Da, da, in der Schicht, dass er durch. In dieser Schicht kann sich das eh runtergehen. Das ist jetzt der Bruch. Da ist jetzt der Bruch. Da ist jetzt das Wippen gegangen. Auf dem, was da auf der Schmelzhausteck ist. Da über dem ist es schon ein bisschen. Da ist es deutlich lockerer, als wir da. Oder? Da ist der Südschne der Haute. Und das Schmelzhausteck ist jetzt ein Nanobroch. Das nennt man in der klassischen gestuften Bruch. Da werden auch von dem anderen auch noch nicht wissen.